Bei mir im Studio ist Klaus Ohlshausen. Sie sind Generalleutnant AD. Sie waren viele Jahre in Brüssel. Das ist ein großes NATO-Manöver, das größte nach dem Kalten Krieg, nach dem Ende des Kalten Krieges. Warum ist das so umfangreich, so groß? Ich glaube, das hängt mit den Entwicklungen seit 2014, also mit der Annexion der Krim und mit der Unruhe in der Ostukraine natürlich zusammen. Auch mit den Maßnahmen, die im Südosten passieren, die Unruhe, die wir dort sehen in der Peripherie. Und neben der Rückversicherung, insbesondere damals für die baltischen Staaten, hat ja Norwegen schon 2014 angeboten, dass sie eines dieser NAF-Übungen, NATO-Response-Force-Übungen in Norwegen haben wollen oder durchführen wollen. Weil sie auch gesehen haben, dass die Nordflanke nicht sozusagen aus dem Blick gerät. Und so hat man das vorbereitet. Und das ist ja Jahresrhythmus jetzt, solche Treidel-Juncture-Übungen. Dieses ist eine besonders große im Blick auf das, was nach 1990 passiert ist. Aber mit Blick auf das, was wir bei Reforter-Übungen gesehen haben, ist es natürlich eine eher begrenzte Übung. Aber sie übt vor allen Dingen auch, wie man Truppen dieser Größenordnung aus verschiedenen Ländern über weite Entfernungen zeitgerecht zusammenführt zu einem gemeinsamen Auftrag. Das sind alle 29 Mitgliedsländer der NATO plus Finnland plus Schweden. Insgesamt 50.000 Soldaten, die jetzt zurzeit in Norwegen, das heißt seit dieser Nacht, dieses Manöver durchführen. Warum müssen da auch immer alle zusammenkommen? Ich denke, für ein Bündnis ist es wichtig, wenn man einen Fall übt, wo der Artikel 5, also die kollektive Verteidigung des Bündnisses, eine Rolle spielt, dass alle zeigen, wir sind dabei. Natürlich sind die kleinen Nationen dort mit sehr kleinen Anteilen, manchmal nur mit Stabsanteilen verfügbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Albanien mit einer großen Kontingent dort ist, aber sie wollen auch zeigen, dass sie solidarisch sind mit allen anderen. Und das ist ein Signal nicht nur nach innen für die Rückversicherung jedes einzelnen Staates, sondern auch ein Signal nach draußen. Glaubt nicht, dass diese Allianz auseinander dividierbar ist, wenn sie bedroht wird. Herr Urshausen, jetzt schauen wir mal auf die Bundeswehr. Die ist nach den USA mit dem größten Kontingent vertreten. 10.000 deutsche Soldaten sind direkt oder indirekt beteiligt. Warum so viele Deutsche im Anteil? Also einer der wesentlichen Gründe, warum der deutsche Anteil so groß ist, ist, dass die Deutschen die Brigade stellen, die zu der sogenannten schnellen Eingreiftruppe der VJTF im nächsten Jahr gehört. Und für die Panzerlehrbrigade, die den Kern dieser Brigade darstellt, ist das ja gleichzeitig die Zertifizierungsübung, dass sie alle diese Dinge, die sie da erfüllen können muss, nun auch zeigen kann. Und wenn man heute mit einer Brigade des Heeres sich sozusagen zeigt in dieser Form, dann braucht man viele Soldaten aus der Streitkräftebasis, dann braucht man Soldaten aus dem Sanitätsbereich, jetzt braucht man auch Soldaten aus dem Bereich des Cyberkommandos. Also wenn Sie das alles zusammennehmen, dann sind Sie relativ schnell bei einer Größenordnung von 10.000 Mann. Und wenn Sie die Liste, die das BMVG herausgegeben hat, das ist glaube ich eine DIN A4-Seite der Einheiten und Truppenteile, die unterschiedlichste Art dort teilnehmen, wenn Sie da die Personalstärke dahinter stellen, dann sind Sie relativ schnell bei 10.000 Mann. Und dann muss man sagen, das ist ja erstaunlich, das ist im Grunde genommen ein zwar kurzer, aber groß Einsatz, wie wir ihn auch in, wenn Sie so wollen, Stabilisierungseinsätzen hatten. Ein Kontingent dieser Größenordnung, was ja dann auch über ein Jahr lang in dieser hohen Bereitschaft bereitstehen muss, wenn Sie zertifiziert sind.